Hallo Jungs, nix da. Wir stehen mal auf, nix. Hat ja einer Frühstück gesagt. Nee, Abendessen. Oh so, da war ich schon. Oh, da war ich schon. Ich gehe wieder schlafen. Ja, Funkred erst mal ausgemacht. Oh, dann müssen wir hier oben durch. Das finde ich nicht gut. Ich gehe mich mal kurz umgucken. Ja, bestimmt. Wenn hier so viel Platz ist. Ja, hier hat aber auch einen Buffet hier, ne? Ja, ne? Schmacko. Happy Halloween. Oh, das ist eine Rennleuchter rum. Ah, One-Shot-Kill. Äh. Wenn ich ihn mal treffen würde. Null. Ah. Null. Oh Gott. Meiner. Null. Äh. Den hat es die Zwiebel. Äh. Null. Weil was geht mit deiner Knarren ab, ey. Null. Schwätzt sie die vollen Weg. Null. MOL. Ach Gott. Stirbst jetzt. Na, die kann aber ganz so wieder, das war wieder verschenkt. christianische Verschwäte und verschenkte muni. man muss sich jetzt kommt schon die auftrag überlebt den angriff liegt auf jeden fall wo ist der sniper ich glaube noch nicht wir können auf jeden fall hoch aufs dach gehen aber hier sind gerade so viele vor der tür wo ist denn der sniper ist der da oben ich habe ihn jetzt weg und das gelöte Warte, du hast das Haus da oder was? Ja Wollen wir jetzt ins Haus rein, hier ein bisschen Party da drin machen Und tschüss Scheiße, zu spät geworden Da kommt noch eine Na toll Ich finde die Musik von diesem Spiel einfach genial Wow Hallo Ah guck mal hier, safe aus Schon wieder? Krass Ok, die Mission ist gerade sehr angenehm was das angeht Sehr schön irgendwie ne Dann kommt wahrscheinlich das fiese Ende noch hinten raus Ja, irgendwas wird da sein ne Davon gehe ich aus Gern irgendwie noch ein paar Granaten Ah, jetzt Ah, jetzt ja eine Insel Was sieht es dann aus? Ja, aber ich brauche noch Dingens Munition Wo ist denn die? Da Ach so, da hab ich irgendwie aufgenommen Ok Ist das alles? Cold Munition? Hab man da 70 Schuss nur für? Cold Die Flinte habe ich nur 24 Das klingt ja gesund Na, das ist so nicht Oh Ist halt wieder vor der Tür Oh, da hab ich überall gesaved hier Oh, da hab ich überall gesaved hier Billette sind jetzt ja nicht Ja, wenn so wenige kommen, ist okay Ja Vor allem wenn nicht noch irgendwelche Assis drum rumlaufen Hier oben irgendwas Ziel erreicht Äh Äh Ja, hier draußen ne Aber irgendwie Ich weiß nicht noch nicht so ganz warum Hier draußen ist gar nichts gerade Da ist sie Ah, jetzt Kann für dich zur Kirche durch Äh Da hinten Das ist wohl die Kirche, oder? Ja dann Ja dann, äh Ah, hinter uns kommen die auch wieder Ja Wir sollten mal vielleicht ins Haus gehen Sinnvollerweise Vielleicht sollten wir einfach durchlaufen Wenn wir zur Kirche sind Meins einfach ignorieren, oder? Naja Das heißt kämpfe dich durch Also Kann natürlich auch gar nicht so dumm sein, ja Ist nur die Frage ob man auch wirklich dann rein kann Ne Das ist wahrscheinlich das Problem daran Das Spiel verarscht ist Das Spiel verarscht ist Kämpfe durch ist halt wahrscheinlich bei denen Gleich Bedeutend mit Töte alle bevor du Töte alle bevor der Tür magisch aufgeht Die Dings sehen wir Oh, hier stehen wir echt scheiße Ja, ich glaub wir sollten vielleicht Äh Zurück uns Und dann ins Haus Und die Sache von hinten aufräumen Weil jetzt ist die Tür nach vorne Jetzt ist die Tür offen Naja gut Gut aufgehauen Und nochmal Alter was geht da vorne Gut, dass wir nicht da stehen geblieben sind Ach du Scheiße Halt die Presse Na von hinten Jetzt müssen wir glaube ich rein, ey Ja ich glaub Weiß ich nicht Weiß ich nicht Schau mal Ach Nochmal kommt da nicht rein Toll Achso das ist erstmal nur Da kommt nur raus Okay Äh Haus Oh mein Gott So Schau mal Schau mal Schau mal Kontrolliert hier Oh lol Oh lol Bleib unten Bleib unten Und du auch Und du auch Und du auch Und du erst recht Und du auch weißt Weißt du Alter Ja Alter Ja Danke Das ist ein Furz Der noch irgendwas zu kacken hört Der noch irgendwas zu kacken hört Okay Meiner Ski 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 Nach hinten weg Ist doch einfach ne gute Idee Die zumindest nicht sinnvoll aus Ja Ich werf mal noch ne Granate ey Aber auch mal weil ich es kann Arschloch Alten Täter Hab ich Noch eine Hab ich Nicht nachladen leider Ja Habt ihr beide Achter jetzt weiß doch mal wo in welche Richtung du laufen willst Attentäter Attentäter Hab ich Rechts vor uns Alter Ich treffe aber grad gar nichts mit dem Sniper ne Glaublich alter Hä Oh dicker 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 Oh Kame ist weg Hat auf jeden Fall schon mal ordentlich ins Gesicht gekriegt Hat wieder ordentlich ins Gesicht gekriegt Dreh mal grad ein zwei hier in die Ecke Hat von mir auch wieder gekriegt Jetzt ist er tot Jawohl Haben wir Boah Erreicht Jetzt können wir da wahrscheinlich auch rein So Machen wir den hier noch weg So den dreht euch um hier Pam Gut hier Auch geil weißt du Kämpf dich zur Kirche durch Darfst aber einfach nicht reinlaufen Das ist echt Ja Ist auf jeden Fall ziemlich gut Ja Äh Äh Kontrollpunkt Kontrollpunkt Aha 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 Sieht ja einladend aus Mhm Sieht irgendwie nach Boss Beide aus Äh 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 Irgendwie nicht gesund aus Äh Äh Safehouse Ich glaub nicht Irgendwo Woll Das ist Licht angegangen Äh Irgendwas spawnt da ist ein Geist oder so ne Scheiße Wir siegen den okkulten General ist Ja Ja Sichi Was macht der so Gegner Können wir die Kugeln da abschießen oder was Ja wir müssen die Köpfe da abschießen Die um ihn rumwabern Hab ich Ja der lebt immer auf jeden Fall noch Ja ja Ist bestimmt wie früher äh Der guten Spiel äh Alle guten Dinge sind drei Weiß nicht Munition wär mal vorher ganz nett gewesen Überbewertet Warte mal nimm du mal die Köpfe ich halt die mal auf hier Okay Äh okay Oh das wird eng ich hab nur viel Munition für die Knifte Okay dann machen wir doch erstmal glaub ich ein bisschen die Leute hier Äh Äh Jetzt hat er eh neue bestellt hier Oh lol Ach ey Ehh Kleines Nuttenviech ganz ehrlich Ach man Ach geht da geht doch nicht So jetzt hier Hasten Nöt Werft man noch echt keine Granate mehr äh Pass mal auf ich mach mal Mine Mine Ich glaub den Wir müssten den glaub ich angreifen weil ich glaub wenn die drei Köpfe weg sind dann ist der sichtbar Ja aber der kriegt als mehr Köpfe also so falsch kann es eigentlich nicht sein Scheiße 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 Oh lol Oh lol Ich hab den einen Kopf mal aufgehoben vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Zeit Anzuficken oder wenn ich... Treffen jetzt grad nicht Ich treff den Kopf auch nicht Ich glaub du musst euch nur die Köpfe treffen Hilfe Hilfe Hm Da Ich drück doch eh was soll ich denn sonst machen Festhalten Ja Ja Hat grad nicht geklappt Weil der Job daran Hey Hey Ja ich guck mal eben kurz ich hab was stolpern mit zwei stück Hey Ich hab meine jetzt alle schon verbraucht Oh die Knarre ist leer toll Ja komm die rasiere ich eben so hier Ist der jetzt mal tot ey Das ist ja Verschwendung wenn da die Stolpermine drauf geht ey Ich hab kaum noch Schuss das ist mein Problem Ah da kommt so ein fetter ey Super Oh ich hab noch 8 Schuss hab ich für die Sniper Ich hab noch 7 6 5 Alter Boah krass ey Munition leer Ja das hab ich gemerkt Warte mal Schieß auf das Dynamit hier Was ich da hingelegt hab Das hilft grad leider nur nicht bei diesem Fettsack Das ist das Problem Ne Das hat uns gekillt Aber wie soll man denn den machen ey Uiuiuiuiuiui Krank Soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein Bis zum nächsten Mal Ciao So Hallöchen und willkommen zurück Keine Ahnung gleich davon wir das cutten Aber wir sind immer noch bei der Halloween Madness So hier oben war auf jeden Fall ein bisschen Muni Und hier liegt ne Schrotflinte Ich frag mich ob die sinnvoller ist Es spawnt jetzt auf jeden Fall gerade Hier hinten stehen Munitionskisten Springfield Muni Na dann waren wir einfach dumm dass wir die ganze Zeit da hinten drin waren Dann müssen wir das von hier oben machen Ich seh die eh von hier oben voll sinnvoller Ja weil du einfach direkt an ihm dran stehst Dann kriegst du nämlich auch die Köpfe mal So Ja Das war Runde eins Dann könnte man auch Stolperminen da vorne hinstellen Und die hier hochkommen Also Ich frag mich halt nicht ob die nicht irgendwie lol Weil die kommen halt jetzt hier hoch Ach Gott ey ich bin so scheiße Das ist echt nicht zu fassen ey Kräfte Das Köpfe selbst von hier nicht alter was kann ich eigentlich Oh lol Alter Wenn du mir Hilfe brauchst sag mal was Ich mach mal hier ein bisschen aufräumen gerade Aber ich nehm mal die Köpfe Deswegen Also aktuell gehts noch äh Mh Mh Ah Wären halt immer mehr Köpfe von daher Würde ich halt echt erwarten dass man echt nur diese Köpfe Und da hinten sind Munitionskisten oder was? Ja hinten rechts ist Springfield Muni Leider nur Springfield Aber auch zumindest ein bisschen von der anderen gewesen Ist doch okay Komm her mein Freund Tschüss mit dir Tschüss Pass aufnehmen Hier steht einer glaube ich Auf der anderen Seite Hier kommen Skelette raus Die zur meinung sind hier hoch zu kommen Ja aber die normalerweise gehen die ganze Zeit die andere Richtung Deswegen war ich jetzt auch grad verwirrt Ja aber die scheint sich jetzt langsam ein bisschen aufzuteilen Wahrscheinlich gemerkt dass wir hier stehen Ach was denn Wer schieß denn? Ach teile der Typ Ja wir sind schon recht weit mit den Köpfen gerade Das ist Ja ich mach mal wieder Treppe Werf meine Granate oder wie Das war gar nicht schlecht glaube ich Ja hier sind wir noch Party aber es war schon mal nicht schlecht Weil er jetzt auch einfach mal auf den drauf wenn der da sichtbar ist Ich finde es gerade ganz praktisch dass der dicke Typ jetzt tot ist Und da unten stehen geblieben ist Ja wir haben den Typen weggehauen Ja war easy Easy wir haben es uns einfach nur viel zu schwer gemacht Ja wir haben es uns einfach nur zu schwer gemacht Ich hol mir noch mal neue Ich wollte es gerade sagen ich hol mir auch noch mal Muni hier Bevor wir hier irgendwas ignorieren Who knows was hier abgeht Ah voller Munizieren Ah der dicke ist einfach eben unten stehen geblieben Das war auch irgendwie chillig Er ist da also irgendwo im Kreis gelaufen Er ist überhaupt nicht wohin so Er ist immer gut von oben nach unten Aber das ist ja nicht in jedem Spiel so ne Und was geht jetzt hier Plötzlich sind es wieder vier Leute Finde ich immer witzig Ja We are waiting for me We are waiting for you Ach Scheiner guck Das war die Mission Ja also Falls wer sich wundert ich glaube du wirst die Teile in zwei Teile getattet haben und den einfach hinten dran Vermutlich Vermutlich Das heißt wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Teil wieder Tschüss Ciao 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 Vielen Dank.